Ja Leute, wir haben uns gedacht, jetzt wo alle Truhen fertig sind, nehmen wir mal wieder Clash Royale auf und hier sind wir wieder. Genau, ich würde sagen, wir öffnen gleich noch die Gratistruhe. Genau. Machen wir von den schlechtesten zu den besten so. Ja, Schweinereiter ist ganz gut. Und noch ein paar Pfeile, eine Gratistruhe, Wild, sieben Knallen ist auch sehr gut eigentlich und ein Grabstein, naja. Nächste Truhe, Gold, Valkyre, okay, Spirko-Golde, Nächste, Gold wie immer, Skelette, ne, Riese, ja, kann man mal gebrauchen. Nächste Truhe, Gold wie immer, Rakete, Horde, okay. Und nochmal Lakainhord, auch gut. Für Gold, Feuergeister, Tesla, Baban und Bombenturm, jetzt kommt die wertvollste. Und? Und? Gold. Viel Gold. Juwelen, sehr gut. Wienwerfer. Zwölf Stück, ja. 14 Skelette. 14 Skelette. 20 Baban. Okay. Und 6 Elixier-Somne, auch nicht schlecht. Hier, ich habe jetzt ein neues Deck. Da habe ich noch ein paar Spiele gemacht und der hat mich richtig überrumpelt. Wir können noch was aufbessern. Ja, machen wir an den Riesen. Ja. Dann kämpfen wir gleich mal. Riesen gleich mal gesetzt, er kommt mit dem Drachenbaby. Und dann noch den Wu-Tank und geht der, der Tum ist weg oder na, er sitzt noch die Lakainhorde. Aber er ist trotzdem weg. Yeah. Das ist sehr gut. Gut. Ich muss hier wieder verteidigen. Ja, er ist jetzt auch ziemlich gut durchkommen, weil ich ja nicht verteidigt habe. Er hat jetzt auch den Ton, leider. Ja. So, jetzt der Schwanni down. Sehr gut, er geht auf die Hexe. Die hält ein bisschen mehr aus. Macht auch ein bisschen weniger Schaden. Na, ich glaube ein bisschen zu spät. Feuerball. Aber egal. mal. Oh ne, der hat jetzt schon wieder den Turm ja blöd gelaufen. Ein bisschen besser verteidigen. Mal, der hat fast die drei Kronen. Ja. Sieht schlecht aus für uns. Ja. So, wieder sieben, acht, Elixir, neun, jetzt solltest du sitzen. Ja. Jetzt noch gut sauber. Ja, muss er jetzt irgendwie noch verteidigen. Oh. Nein, das ist Kobold fast. Das macht jetzt viel Schaden. Ja, er hat's. Schade. Ja. Aber egal. So, ich hab kurz noch was geschickt. Oh. Ich glaube ich wechsle mal Deck, weil das war auch ganz gut. Ich hab mich auch einer angegriffen. Hab ich mir mal genommen. Kann jetzt Deck jetzt kopieren. Aber nur wenn man schon alle Karten hat. Ja, sonst wär's ja auch ein bisschen. Hätten halt dann nicht alle kopieren. Ich hab nicht so viel Schaden gemacht jetzt. Baut ein bisschen was. So, und ab jetzt gibt's ne Neuerung. Ich weiß nicht wie das in den letzten Parts war, aber das Klangkürzel schreiben wir nicht mehr in die Beschreibung, sondern es steht jetzt immer in der Kanalinfo. Also für Clash of Clans und Clash Royale steht beides mal das Klangkürzel schon in der Kanalinfo drin, sodass ihr dann nicht mehr unter den einzelnen Videos nachgucken müsst. Schade. Hast ja der Erwinnie Becker noch einen Schlag geschafft, aber leider nicht. Ziemlich ausgeglichen bis jetzt. Jetzt mit dem Ofen. Ja, der nervt ein bisschen, aber ich glaub, wir kommen trotzdem ein bisschen durch. Dadurch, dass sie jetzt leicht erstellt werden durch die Gruppen. Oh, jetzt kann ich noch ein bisschen Schaden machen. So, also bis jetzt sind wir ein bisschen im Vorteil. Aber es wird langsam auch knapp. Oh, das ist gleich kaputt vom Gegner. Das ist sehr gut. Ja. Links hat er jetzt nochmal eine Minipäcker gesetzt. Hat er anscheinend nicht drauf geachtet. Ist auf jeden Fall auch ein bisschen durchgekommen. So, nochmal Minipäcker gesetzt in den letzten 30 Sekunden. Und behutend werden. Yeah. Ja. 1-0. Jetzt müssen wir verteidigen. Oder gucken, was wir jetzt wirklich schnell klein kriegen. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. Sehr gut. In der letzten Sekunde noch. Ja. Jetzt schwimmt er da schon wieder die Smilies. Aber nochmal gewonnen. So, der Tour. Mal anfangen zu öffnen. Dass ihr im nächsten Part auch wieder was zu sehen habt. Ja. Und ja. Relativ kurzer Part bis jetzt. Aber ich würde trotzdem sagen. Das war's für heute. Vielleicht kommt heute noch ein anderes Video. Mal gucken. Also, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen hoch. Oder ein Abo da. Ja. Und ciao. 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 Ciao.